hallo liebe freunde ich grüße euch zu einer weiteren folge oder zu einer weiteren strecke im freien rennen wir sind in kasarani das ist in die im links wieder nigeria muss das glaube ich sein wieder sieht aus wie ein rundenkurs da wir mit die morgendämmerung ausgesucht bei klarem himmel und wir fahren in der klasse rallye 1 das heißt rallye 1 bis 280 ps wie gesagt ohne hybrid die rallye 1 klasse ist dann bis 380 ps wo dann auch noch elektro mit dabei ist wir fahren im hyundai ganz genau und schauen uns das kurz an wir lassen die settings wieder auf default wie gesagt wir schauen nur ein paar autos durch immer ballern über ein paar strecken einfach ein bisschen was zu sehen genau in kenia sind im hyundai 20 n wie gesagt rallye 2 klasse 92 ps 440 newtonmeter 1,23 tonnen und lassen alles auf default ganz genau also viel spaß das noch ein punkt also hier ist noch ein auto auf der drecke das startet irgendwo anders keine ahnung wie das hier läuft man hört ihn auch leider lauter als meint wo ist denn da ist er da ist er sorry oh right 2 bremsen die stehende morgen sind es doch nicht so gut gewesen ja egal jetzt schon die sicht und job keep left interlebt weiter zu retten berlin an lebt rieb ja die drei lang das lautstark ist scheiße abgemischt dass die karre viel viel lauter ist als meine jede macht mich wahnsinnig lebt und Oh, eine Hairpin. Sicht erschwerend, sobald du hier nicht mehr verbrennen musst. Was ist hier in der Bridge-Schweißsicht? Ach, hier ist der Vorhendrucker durch, geht's hier. Was ist hier in der Bridge-Schweiß? 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 Er ist schon da, heißt Ruhe. Hat mir Mühe gegeben. Hat Bock gemacht. Ach, aber das hat mich total irritiert, liebe Freunde. Das hat mich total irritiert. Diese Lautstärke ist nicht richtig abgepasst, also abgestimmt. Und du kannst es leider auch nicht verschieden leiser drehen. Hat aber Bock gemacht, war mal was anderes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch, wer es euer Master, wenn es euch kleinert, gerne Daumen hoch. Support ist kein Mord. Platz 1023 fürs erste Mal ist doch in Ordnung, in der Rallye 2-Klasse, in Fiesta. Das ist nur 27,5 Minuten. So, liebe Freunde, bis dann, tschau.